Hallo und herzlich Willkommen hier bei EktorWolle Hier zum Community Server Ja, ich bin hier immer noch meistens Alleine unterwegs Hier ist auf jeden Fall ein wunderschöner Supermarkt Da können wir ganz kurz mal reingucken Ist hier gerade ab PO Ist schon mal zugemacht Ich glaube nicht, ich kann ja auch nicht reingehen Sonst machen mich gerade die ganzen Zombies hier Aber die sind auf jeden Fall noch alle da Freu dich am Einkaufen, immer noch freu dich am shoppen Da haben sich wahrscheinlich Vielleicht noch nicht so ganz was ausgesucht Ich war noch mal überlegen eine zweite Etage zu bauen Aber jetzt erstmal nicht Jetzt habe ich eine andere Idee Seht ihr auf jeden Fall auch schon in dem Titel Und zwar werde ich hier erstmal ein bisschen Yara kennenbauen Hier auf dieser wunderschönen Fläche von Sigi werde ich erstmal ganz viel Yara kennenbauen Einfach mal so ganz Spontan mal so einen kleinen Yara Ich hoffe natürlich, dass er dadurch Vielleicht nochmal wieder online kommt und sagt Das wäre natürlich nice Ansonsten, naja Einfach mal schauen Also ich baue ihm eben kurz ganz viel Yara hin Und dann sehen wir uns einfach mal gleich wieder Also bis gleich Okay, wollen wir eben kurz mal reingucken Wie es so, was so geworden ist Also schauen wir einfach mal 3, 2, 1, go Hier sehen wir schon mal, hier sind ganz schön viele Yarax Yaraq Ja Penisse Ganz ganz viel habe ich hier gemacht Dann habe ich hier erstmal ein paar 3D-Penisse auf jeden Fall gemacht Hier habe ich auch noch ein vereinzelter Nummer 1 Penis heute gemacht und sonst halt hier zu Yaraq 3D Da ist man auf jeder Seite so ein bisschen da dran Mal überlegen, ob ich hier noch ein bisschen Gebüsch dran mache Da dachte ich mir, na, dann bauen wir die unbedingt Dann sieht man hier auf jeden Fall Hier ist auch überall noch Yaraq Yaraq Da freut er sich auf jeden Fall Und hier hinten geht es auch noch ein bisschen weiter Hier haben wir noch ein paar Reihen auf jeden Fall gemacht Ihr wollt das nicht alles übrigens durchbauen Weil, ja, ja, ja Ein bisschen, ein bisschen leichter abbringen Ist okay, aber da will ich alles hinzubauen Ich habe noch nicht so ganz so wirklich Bock zu so ungefähr Ich fliege einmal kurz mal rüber Und zeige euch das mal von oben Hier sieht man schon, ich habe ein paar Reihen gemacht Das ist in der Mitte und hier auch so ein bisschen was Das ist auf jeden Fall Der Braucher ein paar Minuten das wegzubauen Oder du lässt es einfach stehen und denkst dich Cool Endlich mal ein bisschen Yaraq bei mir Gut, das könnte natürlich auch sein Mal schauen, mal schauen, mal schauen Mal schauen, was er da so machen wird Ich bin auf jeden Fall gespannt Und das ist auch schon das Video Also von dem Community Server Einfach mal Yaraq hingebaut, yay Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch allen fürs Zuschauen Hoffe, ihr hattet euren Spaß Wenn ihr gerne mitspielen wollt Schreibt mich auf jeden Fall einfach an In den Kommentaren auf jeden Fall auch irgendwas halt da echseln Dass ihr da vielleicht mal irgendwie mal mitspielen könnt Ansonsten könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben Was wir als nächstes zum Beispiel vielleicht bauen Ups Ja, ich hab sehr sehr viele Wassereilmeldung vom letzten Mal noch In dem Inventar drin Also was ich noch bauen könnte zum Beispiel Beim nächsten Mal Und äh, ja Was ihr da vielleicht sagt Hey, bau doch das mal, bau doch diesmal Probier das auch einfach mal Dann könnt ihr so auf jeden Fall auch mal probieren Oder vielleicht schreibt euch die Arsch, bau Yaraq weg oder so Das kann natürlich auch passieren Durchaus Ich klingel mir jetzt einmal kurz hier meine Tür an Und wieder auch da schon rein Und stelle mich auch schon auf mein Bettchen Yay Also bis zum nächsten Mal Sag dir die aktuelle Wolle und Ciao Bye 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 Bye